Willkommen zu einem letzten Tutorial in Civilization 6. Diesmal geht es um die Spielmodi, die hinzugefügt worden sind mit verschiedenen Patches und DLC. Wenn ihr noch nicht alle Tutorials gesehen habt, schaut gerne mal in die Beschreibung. Da findet ihr die ganze Liste von Grundlagen her bis zu Kultursieg, BTR und so weiter. Oder kommt bei Twitch vorbei, da habe ich auch einige Civilization Runden gespielt. Die sind auch auf dem Watt-Kanal hochgeladen, könnt ihr auch alles unten finden. Und dann fangen wir auch mal direkt an damit. Denn die Spielmodi sind ja recht viele. Es gibt acht Stück an der Zahl. Und diese acht Modi sind in meinen Augen verschieden gut integrierbar. Manche machen das Spiel schwerer, manche machen das Spiel komischer. Und manche sind einfach in meinen Augen must-have für jede Runde, wenn man halt das Spielprinzip einfach erweitern will. Und zwar gehe ich damit vor, dass wir erstmal auf diese eingehen, die in meinen Augen dieses Spielprinzip ganz klar erweitern, aber auch nicht zu krass euer Spiel ändern, sodass ihr irgendwie maßgeblich das Spiel nachhaltig stört. Da beginnen wir erstmal mit dem Monopol- und Kooperationsmodus. Hier ist es ganz einfach so, dass ihr Industrien bauen könnt, wenn ihr wenigstens zwei Einheiten von einem Luxusgut habt. Was sehr schön ist, denn dann habt ihr tatsächlich die Möglichkeit, da ein sehr starkes Feld daraus zu machen. Ich denke nur an sowas wie Tee. Tee ist an sich eine sehr schwache Luxusressource. Habt ihr aber zwei Tee, könnt ihr aus einem von diesen zwei Feldern eine sehr starke Industrie machen. Die Industrie hat nämlich selber auch mehr Einkommen, also mehr Yields, nämlich Produktion und Nahrung dazu. Weswegen das Ganze deutlich mächtiger ist. Habt ihr 75% des Weltvorkommens einer bestimmten Luxusressource, könnt ihr sogar eine Kooperation drauf machen. Diese Kooperation ist nochmal krasser von den Yields her, also ihr kriegt mehr Produktion, mehr Nahrung. Und ihr kriegt sogar noch einen dauerhaften Buff für eure Stadt, wo ihr auch Waren produzieren könnt, die ihr in andere Städte auch transportieren könnt. Ein Beispiel wäre jetzt so etwas wie plus 30% Wissenschaft in den Städten, wie jetzt zum Beispiel bei Tee. Warum ich finde, dass das auf jeden Fall immer reingehört? Weil es einfach ein sehr cooles Spielprinzip ist, was sehr schön in dieses ganze Setting von Civilization hineinpasst. Sind wir ehrlich, unsere Welt ist momentan extrem in diesem kapitalistischen Bereich, deswegen passt das doch perfekt rein. Würde ich euch empfehlen mitzunehmen, es ist nicht zu kompliziert. Ihr braucht einfach nur einen Handwerker, um die Industrie zu bauen. Und um die Kooperation zu bauen, braucht ihr einen großen Händler. Mehr müsst ihr da nicht machen. Dann könnt ihr natürlich diese Waren noch produzieren in der Stadt. Das ist ein Projekt, wodurch ihr diese Waren produzieren könnt. Und die könnt ihr in Börsen dann wie ein großes Werk halt einfach behalten oder lagern. Und dadurch eben die Vorteile auch in mehrere Städte multiplizieren. Sehr coole Sache, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Der nächste Modus, der in meinen Augen einfach hineingehört, weil es das Spiel etwas erweitert, ist der Barbaren-Clans-Modus. Hier ist es so, dass die Barbaren-Stämme nicht einfach nur irgendwelche Hüttchen sind, die man halt bekämpft und dann zerstört. Sondern es ist so, dass die Clans auch wirklich zu richtigen Stadtstaaten werden können, wenn sie lang genug existieren. Lang genug ihr Unwesen in Anführungszeichen getrieben haben. Außerdem haben sie mehr Kampfstrategien, bessere Einheiten. Bekommen also auch Einheiten von Zivilisationen, die gerade nicht im Spiel sind. Das hört sich jetzt erstmal abschreckend an. Ist aber tatsächlich so, dass es einfach die ein bisschen lebendiger macht. Mehr zu einer wirklich eine richtige Identität gibt. Also auch sehr cool. Ihr könnt sie dann plündern, die Clans, und sie bestehen lassen. Dadurch können sie auch immer zum Stadtstaat werden. Oder ihr könnt sie halt auch wie immer zerstören. Dadurch kriegt ihr natürlich Heurikas und ihr kriegt auch ein bisschen Zeitalterpunkte und so weiter. Oder ihr könnt sie halt plündern, wie gesagt, für ein bisschen Gold. Sodass ihr sie dann auch immer bestehen lasst, um vielleicht später vom Stadtstaat zu kapitalisieren. Das ist eigentlich alles, was man damit hat. Was auch ganz cool ist. Was man noch machen kann, man kann die bestechen, zum Beispiel Gegner anzugreifen, finde ich nicht so sinnvoll. Das ist zu viel Geld, weil es klappt meistens nicht so gut. Ihr könnt sie bestechen, dass sie euch nicht angreifen. Das geht ganz gut. Und damit habt ihr halt schon mal einige Vorteile. Und ihr könnt auch deren barbarischen Einheiten halt kaufen und die nutzen, um Gegner anzugreifen. Also man hat wesentlich mehr Interaktion und es macht einfach Spaß, beziehungsweise ist sehr intuitiv im Spiel integriert. Der letzte Spielmodus, den man auf jeden Fall mitnehmen sollte in jeder Runde, in meinen Augen, ist die Geheimgesellschaft. Es gibt noch einen Modus, den ich auf jeden Fall auch immer mitnehme. Aber den würde ich jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen. Weil die Geheimgesellschaften sind deswegen ganz cool, weil sie im Prinzip wie weitere Stadthalter, also Gouverneure sind, denen ihr Titel verleihen könnt, die auch ganz klar einfach nur Titel sind. Die ihr erstmal in der Antike halt haben könnt, dann erst im Mittelalter, dann erst, ich glaube, Renaissance- oder Industriezeitalter und dann der Moderne. Also ihr könnt ja auch nicht mehr machen, als einfach einen Gouverneurs-Titel für geben. Da gibt es halt vier verschiedene. Es gibt die Lehrensänger, es gibt den Hermetischen Orden, die Minervas und ja, diesen Blutpakt. Und der Blutpakt ist wohl da das komplizierteste, weil ihr einfach eine neue Einheit bekommt, die aber sehr cool ist für die Verteidigung und im Angriff, nämlich ein Vampir. Beim anderen ist es relativ geradlinig, da ihr einfach hauptsächlich Bonus bekommt oder Boni bekommt, die eine bestimmte Ausrichtung haben. Zum Beispiel sind die Minerva als Geheimgesellschaft so gestaltet, dass sie euch mit Stadtstaaten besser interagieren lassen, eure Handelsrouten buffen und euch in der Regierung mehr wirtschaftliche Möglichkeiten geben, also eine Wirtschaftsgeheimorganisation. Die Lehrensänger sind wohl bestreitbar die Stärksten, die es gibt. Die geben euch ein besseres Monument, das gibt dann Glaube und hat auch ein großes Lot noch zur Verfügung, wo ihr halt noch mehr Kunstwerke hineingeben könnt. Und ihr bekommt nachher für jeden Glaubenproduktion, die ihr in einer Stadt habt, nochmal mehr Proforschung, Produktion, Gold und so weiter, was extrem stark ist. Und ihr könnt damit nachher Ritualisten erstellen, die tatsächlich Loyalität von Städten klauen können und wenn sie sterben, Reliquien erstellen, was sehr cool ist, wenn ihr halt zum Beispiel einen Kultursieg anstrebt. Beim hermetischen Orden ist es so, dass ihr Leylinien findet. Diese Leylinien blockieren einen kompletten Slot, also ein komplettes Feld, also damit sehr viel Vorsicht genießen. Dieses Feld ist aber so gestaltet, dass ihr drumherum eure Bezirke mit einem guten Bonus versehen könnt. Das heißt einen großen Bonus, nämlich plus zwei für jeden Distrikt, der drumherum gebaut wird. Gerade dann sehr gut, wenn ihr sagt, ich habe ein sehr schlechtes Gebiet, sehr schwaches Gebiet, wo diese Leylinien euch nochmal massiv eurem Distrikt waffen können, was eine coole Sache ist. Außerdem halt ihr ein Gebäude verbessert, nämlich die Universität, die produziert euch dann mehr große Persönlichkeitspunkte, hat sonst halt die Wissenschaft natürlich. Und ihr könnt dann, wenn ihr die Leylinien also genutzt habt oder gesehen habt und euer Gebiet integriert habt, langfristig auch für jede große Persönlichkeit, die ihr bekommt, Ressourcen aus diesen Leylinien ziehen. Ich habe noch beim Hermetischen Organ vergessen, die ergänzen die Bank, da kriegt ihr mehr Kultur durch die Bank oder durch Handelszentrum, was sehr cool sein kann, um eben dieses Spielprinzip zu forcieren. Die Vampire, die sind einfach so, dass ihr Villen bauen könnt, diese Villen, Vampirvillen, ziehen drumherum alle Ressourcen auf, die ihr habt in diesen Feldern. Also sage ich jetzt nochmal, drei Felder, die zwei Nahrungen geben, eins, dass es eine Nahrung gibt und dann jeweils zwei Produktionen. Dann würden diese aufaddiert werden und die Villa gibt diese Ressourcen an eurer Hauptstadt weiter, was eben massiven Bonus gibt. Ansonsten sind die Vampire sehr starke Kämpfer, die eben auf der Stärke eurer stärksten Nahkampfanheiten basieren und damit einen Herrschaftssieg sehr leicht machen können. Kommen wir noch zu einem meiner Favoriten. Das würde ich aber nicht uneingeschränkt empfehlen, weil das Spiel schon komplizierter ist, falsches Wort, aber tatsächlich eben etwas gebeugter wird nach euren Regeln. Ihr könnt da sehr stark durch werden durch diesen Modus. Deswegen ist es nicht für jeden, der sagt, ich möchte einfach dieses Spiel so rein Civilization halten, wie es ist oder wie möglich. Dann würde ich euch den Helden-Legenden-Modus nicht unbedingt empfehlen. Ich finde aber, dass es das Spiel sehr gut ergänzt und sehr viele Strategien ermöglicht, die halt sehr variabel sein können. Und zwar habt ihr ganz einfach zwölf Helden. Diese zwölf Helden schaltet ihr frei, indem ihr zum Beispiel einen neuen Kontinent entdeckt, Naturwunder entdeckt, irgendwelche Sachen halt erledigt, die so Zeitalterpunkte auch geben. Und dann könnt ihr, je nachdem, wenn ihr Glück habt, gute oder bessere oder schlechtere Helden bekommen. Je nachdem, natürlich auch für die Strategie, besser oder schlechtere Helden. Und diese Helden haben verschiedene Fähigkeiten. Da gibt es zum Beispiel einige, die sind sehr kriegerisch, dadurch könnt ihr sehr gut kämpfen. Ihr könnt natürlich Aktionspunkte wieder auffüllen, wie Hippolyta. Ihr könnt mit Sintbad sehr viel erkunden. Jedes Mal, wenn ihr ein Naturwunder im Kontinent entdeckt, kriegt ihr 500 Gold, was natürlich schon sehr cool ist. Oder Anansi, der zum Beispiel Ressourcen kaputt machen kann. Dadurch aber Forschung und Kultur generieren extrem stark. Oder sowas wie sogar Herkules, der euch ermöglicht, Distrikte instant fertig zu bauen. Und zwar drei Stück pro Lebensdauer. Diese Helden baut ihr einmal, wenn ihr ein Monument habt, könnt ihr diese rekrutieren. Kein anderer kann die rekrutieren. Also ist ein Held weg, kriegt ihr den auch nicht mehr. Und wichtig ist eben, wenn er dann stirbt, der stirbt nach einer gewissen Zeit, könnt ihr ihn nur wieder neu holen, wenn ihr genug Glauben habt. Das heißt, ihr seid ja schon auf jeden Fall auch irgendwo restricted, also eingeschränkt. Ihr müsst tatsächlich da was investieren, um diese Helden nochmal nutzen zu können, diese coolen Fähigkeiten auch nochmal nutzen zu können. Ein weiteres Beispiel wäre noch Himiko. Die kann zum Beispiel Stadtstaat interagieren, sodass ihr die leichter halt als eure Basallen haben könnt. Also man hat ja sehr viele verschiedene Variationen. Ob Erkundung, Kampf, Furcht, Forschung oder halt Produktion, alles ist irgendwo vertreten. Ich finde es extrem stark, aber es ist, also es ist halt extrem stark, aber es ist natürlich nicht wie immer für jeden uneingeschränkt empfehlenswert. Wobei ich sagen muss, ihr könnt ja eigentlich nichts falsch machen, wenn ihr euch erstmal eine Helden holt, habe ich am Anfang auch gemacht. Von daher ist es nicht so, dass das Spiel irgendwie komplett verändert wird dadurch. Ihr habt halt einen strategischen Vorteil, den ihr sehr gut aussetzen könnt. Wenn ihr euch langsam mit diesen Helden auseinandergesetzt habt und die auch kennt, dann wisst ihr, welche Helden ihr mögt, welche ihr gerne einsetzt und welche ihr am liebsten bekommen wollt. Oder ihr spielt einfach nach dem, was ihr gerade so präsentiert bekommt. Ergänzt das Spiel also nochmal um eine große Komponente, was ich sehr cool finde. Und da sind halt, wie gesagt, sehr starke Fähigkeiten, gute Fähigkeiten oder situative Fähigkeiten drin, die man alle nutzen kann. So, und jetzt kommen wir zu den Modi, die erstens entweder sehr speziell sind, deswegen sollten sie nur zu Spaß gespielt werden. Zweitens, euch das Spiel wirklich schwer machen. Heißt, gerade wenn ihr Probleme mit dem Spiel habt, nicht benutzen. Da fangen wir schon mit dem Schlimmsten von allen an, dramatische Zeitmodus. Eigentlich eine coole Idee, habt ihr ein dunkles Zeitalter, dann seid ihr erstmal richtig in den Hintern gekniffen. Und zwar verliert ihr Städte, wenn ihr ein dunkles Zeitalter bekommt, was extrem schlimm ist. Ihr kriegt also keine Widmungen mehr, sondern ihr kriegt halt irgendwelche mächtigen Politiken, wenn ihr ein goldenes Zeitalter habt oder auch ein dunkles habt. Wenn ihr ein dunkles Zeitalter aber habt, verliert ihr halt eine gewisse Anzahl eurer Städte. Prints verlieren menschliche und KI-Spieler gleich viele Städte. Also bei Prints verlieren wir auch Städte, aber wir haben halt tatsächlich ein ausgewogenes Verhältnis. Je höher die Schwierigkeit, desto mehr Städte verliert ihr, desto weniger die KI. Das heißt, das ist schon ein bisschen lächerlich, weil ihr halt extrem darauf achten müsst, ein goldenes Zeitalter zu haben. Und manchmal kann man das vielleicht nicht, weil die Stadtposition schlecht ist, bestimmte Bedingungen nicht erfüllt sind und so weiter und so fort. Und dann müsst ihr halt dann die Stadt neu einnehmen. Das heißt, ihr müsst genug Militär haben, um die Stadt wieder zu bekommen. Die Städte spawnen ja immer mit stärkeren Einheiten, den stärksten, die ihr bauen könnt. Was halt auch ein extremes Problem sein kann, auch wenn ihr Militär nicht spielt, weil ihr dann vielleicht irgendwo anders beschäftigt seid. Wo ihr durch ihr sehr viel Druck erleidet. Also extrem viel Druck. Diesen Modus mache ich eigentlich nie an, außer ich sage, ich habe total Bock, mich wirklich im Handicap zu belegen. Ist ein extrem harter Modus, gerade für Anfänger, weil man eben massiv nach hinten geschmissen werden kann. Auch bei Prinz, wenn ihr nur gleich viel verliert. Sogar auch bei Gottheil-KI, muss ich sagen, die KI stirbt manchmal dadurch. Das heißt, ihr merkt, wie schlimm dieser Modus ist. Also ich habe es erlebt, bei zum Beispiel keinem Stadt-Challenge, da war tatsächlich eine KI gestorben durch diesen Modus. Ich hatte ihn einfach angemacht, ich dachte, kann ich den ein bisschen ärgern. Und dann ist tatsächlich eine KI, hat sich dann selber zerstört, weil sie die Städte nicht einnehmen konnte. Noch ein dunkles Zeitalter hatte, weil sie halt keine Städte mehr hatte. Und dann war die letzte Stadt auch noch gepoppt, sage ich mal, also übernommen worden. Und dadurch war die KI gestorben. Also extrem gefährlich, pass auf, nimm es nur, wenn ihr wirklich bereit seid, euch selber ein bisschen zu geißen, ein bisschen zu nerven. Sonst würde ich das nicht empfehlen. Dann haben wir noch den Apokalypse-Modus. Nicht ganz so drastisch, aber eben, ihr kennt ja die Vulkanausbrüche, die Fluten, die Sandstürme und so weiter und so fort. Die werden halt sehr viel stärker hier. Sehr, sehr viel stärker. Das heißt eben, dass ihr wesentlich mehr Schäden dadurch erleidet. Und die können ja schon auch ohne diesen Modus sehr viel Schaden anrichten. Also zum Beispiel vier, fünf Populationen stirbt. Und hier werden die einfach noch stärker. Ihr seht es hier oben, größere und verheerrende Versionen vorhandener Katastrophen hinzu. Und erhöht die Wahrscheinlichkeit für alle Naturkatastrophen. Auch da werdet ihr euch auf jeden Fall wieder ins Fleisch schneiden. Nicht ganz so schlimm wie beim dramatischen Zeitenmodus. Der ist auf jeden Fall noch immer der Schlimmere. Hier seht ihr halt, die Katastrophenintensität wird sofort auf vier gestellt. Und es kommen halt mehr dafür vor. Dafür habt ihr halt ein Seher als so eine lustige Methode. Da kommen dann immer solche Events, sage ich mal, wo ihr dann tatsächlich mit dem Seher da irgendwie Punkte sammeln könnt. Wodurch ihr dann ein paar Vorteile bekommt. Aber ist eben tatsächlich sehr schwer. Auch wieder für Anfänger gerade doof. Und es ist halt sehr zufällig. Das ist das Problem. Die Zufallskomponente dabei macht das halt zu keinen so coolen Modus. Es ist trotzdem okay. Damit kann man spielen. Aber wenn ihr Pech habt, werdet ihr halt einfach mal zwei, drei Städte konstant auf eine Bevölkerung halten. Und ihr werdet konstant nur noch Distrikte reparieren. Und das Distrikt reparieren in Civilization 6 ist halt einfach schlecht. Weil ihr einfach wirklich nur Runden über Runden da verschwenden. Und wenn ihr dann auf höherer Schwierigkeitsstufe spielt, keine Chance. Oder weniger Chance. Sehr viel schwerer. Aber wie gesagt auch wieder etwas, wo ihr euch eher ein Handicap auferlegt. Wenn ihr sagt, zum Spaß will ich das einfach haben, weil ich die Welt versinken sehen will im Chaos. Dann nutzt es auf jeden Fall. Ja und dann kommt es zu einem Modus, den ich auch nicht so oft gespielt habe. Weil er mich einfach schon vom Thematischen her absolut anwidert. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Der Zombie-Verteidigungsmodus. Ja, ihr habt halt einfach Zombie-Wellen, die auf eure Städte zu laufen, die ihr halt umbringen müsst. Also ich kann da leider keine reflektierte und neutrale Meinung zu geben. Weil dieser Modus halt einfach ein bisschen unpassend ist für das Spiel. Ich hätte mir ja lieber Gesundheit-Krankheitsmodi gewünscht, aber das ist vielleicht im anderen Video. Hier, Civilization 7, habe ich ja mal so ein Feature-Video gemacht. Könnt ihr euch mal anschauen. Das habe ich da erwähnt. Aber hier kriegt man halt einen Zombie-Modus stattdessen. Da greifen halt die ganzen Zombies an. Ihr könnt so ein paar Verteidigungs-Konstruktionen bauen. Ja, und könnt die Zombies, glaube ich, auch weglenken oder sowas. Habe ich so gut wie nie gespielt. Spielt ist auf jeden Fall einfach nur ein kompletter Spaß-Modus, in Anführungszeichen. Wenn ihr an sowas Spaß habt, das cool findet, spielt es. Alles andere, würde ich sagen, macht es immer aus. Also ich habe das eigentlich nie an. Ich finde diesen Modus extrem langweilig. Nicht passend thematisch vor allen Dingen. Aber wenn ihr Spaß daran habt, euch wirklich nochmal konstant mit Militär zu beschäftigen, konstant so einen Hort-Modus zu haben, dann macht es. Ist aber auch vor Schwierigkeitsstufen natürlich wirklich dann ein sehr Handicap, ein sehr großes Handicap. Aber wenn man Spaß daran hat, kann man es nutzen. Und zum letzten Modus, ein sehr cooler Modus, Tech- und Ausrichtungs-Mix-Modus. Auch der Modus ist nicht uneingeschränkt empfehlbar, weil, wie ja der Name es schon sagt, hier werden alle Technologien gemixt und auch Ausrichtungen. Das heißt, wenn ihr normalerweise als erstes irgendwie Handel erforschen könnt und als drittes irgendwo die Regierung, kann es jetzt sein, dass die Regierung noch weiter nach hinten kommt und der Handel auch weiter nach hinten ist. Das heißt, zum Beispiel die letzte Forschung im antiken Raum ist dann Handel. Und ihr braucht vielleicht gerade, jetzt habe ich das als Beispiel in Portugal gehabt, dann braucht ihr Handel. Ihr müsst die Handelsroute nutzen können, könnt ihr aber nicht, weil der Handel halt irgendwo am Ende ist. Genau, also Regierung braucht ihr sehr früh. Kriegt ihr nicht, weil es halt weiter hinten ist. Andererseits könnt ihr auch Glück haben, Regierung kommt ganz früh und ihr kriegt es viel schneller. Das heißt, so ein bisschen, ja so ein Spaß-Chaos-Modus. Sehr, sehr cool, sehr viel Spaß. Aber ihr müsst euch eben bewusst sein, dass dieser Modus nicht für Strategen geeignet ist, die sagen, ich möchte meine eine Strategie haben, die ich immer konstant verfolgen will. Sondern hier müsst ihr euch wirklich auf die verschiedenen Situationen ausrichten. Ihr seht nicht, wo die Forschungen liegen. Erst wenn ihr einen Heureka oder eine Inspiration habt, könnt ihr sehen, wo die im Baum genau liegen. Ihr könnt dann dementsprechend planen. Ist sehr cool. Ist ein kleines Handicap auf jeden Fall, aber macht extrem viel Spaß. Deswegen ist dieser Modus als mal so nebenbei spielen, zusätzlich zu den anderen, die ich erwähnt habe, die essentiell sind oder man sehr gut nutzen kann. Ein sehr guter Modus, den ich auf jeden Fall empfehlen kann. Und wenn ihr mal richtig Spaß haben wollt, spielt Hammurabi und diesen Modus. Und ihr habt den Spaß eures Lebens. Mal Hammurabi eben eure Forschung immer instant beendet, wenn ihr ein Heureka bekommt. Was halt einfach diesen Modus so ein bisschen hinter das Licht führt und euch vor der KI einen riesigen Vorteil gibt. Aber auch mit jeder anderen Zivilisation, wo es dann nicht so, ja sag ich mal, gescheatet wirkt, ist es ein extrem guter Modus, weil er halt einfach was ganz Besonderes macht. Das Spiel nochmal richtig schön durcheinander wirft. Und sowas ist auf jeden Fall sehr wichtig. Wird bei Civilization 7 wahrscheinlich lange dauern, bis wir diese ganzen Modi wieder haben. Aber die sind halt sehr cool. Also ausgenommen zum Beispiel den Zombielmodus. Aber ihr habt sehr viele Variationen, die ihr freistalten könnt. Und wie gesagt, nehmt auf jeden Fall diese, die ich euch erwähnt habe, mal mit. Ich würde euch auch empfehlen, die Helden noch mitzunehmen. Auf jeden Fall Monopole, Kooperationen, Barbaren und Geheimgesellschaftenmodus. Habt da keine Angst vor. Das ist nicht irgendwie großartig schwer, das zu benutzen. Diese Modi kann man recht gut nutzen. Man muss sich natürlich ein bisschen mit den Geheimgesellschaften auseinandersetzen. Der Rest ist aber wirklich, oder den Helden, wenn ihr das noch mitnehmen wollt. Der Rest ist aber wirklich sehr gut zu verstehen. Kann ich nur uneingeschränkt empfehlen. Habt da keine Angst vor. Es macht das Spiel eben auch zugänglicher, weil ihr halt andere Strategien nochmal pushen könnt. Ihr könnt irgendwie Vorteile erregeln, die ihr sonst nicht hättet. Und eure Strategien nochmal verbessern. Und damit vielleicht auch höhere Schwierigkeitsstufen angehen. Oder anders zumindest an diese Schwierigkeitsstufen herangehen. Das war's mit dem Tutorial schon. Wie gesagt, diese Modi sind halt einfach sehr hilfreich, eine Variation ins Spiel reinzubringen. Ihr wollt ja wissen, welche nehme ich mit, welche sind zu empfehlen. Das sind meine Empfehlungen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, einen Kommentar da, abonniert. Kommt bei Twitch vorbei, folgt mir da. Oder fragt mich auch gern nach allen möglichen Dingen aus Civilization. Da hab ich überhaupt kein Problem mit, auch wenn ich was anderes gerade spiele. Und ansonsten könnt ihr auch im Zweikanal oder dem Hauptkanal halt euch Playthroughs ansehen. Die sind auch irgendwo da vergraben und zwar zu x-facher Zahl. Da könnt ihr auf jeden Fall einiges noch mitnehmen, wenn ihr dazu Bock und Zeit habt. Bis dann.